Großenweg, Brotka Großenweg, Nassau Nassau, Nassau Linksseite In 300 Metern haben Sie Ihr Zwischenziel erreicht Und Rechts ist auch noch Kastnerwelle Sie haben Ihr Zwischenziel erreicht Fünfzehnmal linksseiten In 600 Metern rechts abbiegen In 300 Metern rechts abbiegen Hier ist die Großenwegner Straße Jetzt rechts abbiegen Jetzt rechts abbiegen Soll ich denn hier Ist das geil Ah, da finde ich die kleinste Spaß Wenden Sie mich? Bitte jetzt wenden! Wenden Sie mich? 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 Ist das eben? Ja, Bauernhof Ah, das hat man da auch gefunden Mit einem Navi sogar Abbiegen Da findet die letzte Ecke in In 200 Metern am Ende der Straße links abbiegen In die Rosenbecker Straße Großenweg, ja Da übrigens Da übrigens Becker Navigation Jetzt links abbiegen Und der muss sich erfolgen Das ist ja Software war schon mal hier Links abbiegen Und noch mal an den Boden kann ein bisschen reinfahren 5,01 Kilometer der Straße voll 5,01 Kilometer der Straße voll Lass mal gleich Rechts mal ein bisschen Hier rein Oder Nosenbeck Genau Nosenbeck Nosebeck In meine Bolta Hier ist noch ein Rumpf Drehung gelohnt Lassenbeck 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 Wenden Sie mich? Bitte jetzt wenden Lassenbeck 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 Amt Dal Drehung Ketz Lassenbeck Drain Wenn möglich, bitte jetzt wenden. Machen wir. Großen Weg. Das war auf den Seenagen. In 300 Metern am Ende der Straße rechts abbiegen, in die Rosenbecker Straße. Jetzt rechts abbiegen. Ja, immerhin, ja. Das war noch der Ausweg. 4,5 Kilometer der Straße. Das war noch. Gorgeous.